hallo und herzlich willkommen zu sonkenland ich habe beschlossen mal noch mal eine neue waffe zu machen das wäre dann die das serktgewehr das würde ich gerne mal bauen ok dahin und die ak ja ich will zu viele sachen munitionskisten die wo war es bei bewusst um die ak dahin die ak kommt dahin so jetzt muss man gucken hat die ja ok sehr gut ja zwar nicht so großen impact aber sie hatten magazin das ist richtig gut finde ich weil die ak kann das auch ak 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 so schrotflinde macht 25 dass die akkewehr macht 48 das repetiert wir macht 65 muss aber nachladen ständig ne ok und die macht 50 aber da baller ich so schnell meine munition raus das ist nicht gut also wenn ich das jagt warte mal was ist wenn ich das jagtgewehr mit dem ding verbinde ok kommen sie raus aus dem wasser hallo hallo naja gut alles gut so warte das ist auch nicht es ist nicht viel besser oder warte ich ziehe es nochmal raus ja 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 vielleicht geht das sogar mit der zielvermachtung das muss ich ausprobieren das mache ich nächste folge warte ich glaube ich muss das hier nochmal reparieren bin ich sicher ja warte mal gab es da nicht so einen schweißbrenner irgendwie zu bauen das sind waffen das sind ja nur ja alles gut da gab es ja nicht schweißbrenner da habe ich den habe ich erforscht ich habe alles erforscht da habe ich wo ist der schweißbrenner wo ist der zu finden bei vielleicht äh help nee da nee hier so nö wo ist denn der schweißbrenner hin batterie kann ich bauen äh erzdetektor stirnlampe das wäre eine gute idee ja da ist er guck ja ich habe nur zwei echt nur zwei ja habe ich okay nur zwei äh aber warte ich kann ja noch schnell äh ballern okay mach ich mal das mache ich mal eben kurz okay da bin ich durch äh stirnlampe brauche noch 10 äh metallschrott jups habe ich äh brauche hier elektronische geräte sondern hier sein ja das wird auch langsam engen und vier klar es brauche ich noch nequest also kann nicht die stirnlampe bauen ja super ganz klasse warum schieße ich jetzt auf meine kisten so sternlampe schauen wir mal wenn ich hier kann ich nie da ausrüsten ja er ist ja da brauch ich da eine batterie für kann ich die mit l an und ausschalten mit b mit r wie kann ich die denn an und ausschalten momentchen mal das ding braucht batterien wo hab ich die denn hingepackt mann die batterie in ich die mir das boot gepackt warte mal hallo ich hätte doch die batterien habe ich das hingepackt hier nicht ne ich guck mal eben wo ich hab's gefunden leute da muss ich eine batterie drauf packen das hier benutzen yo yo mit f kann ich das ausschalten oder nicht mit l kann ich das gut haben wir jetzt ein batterie ding ins bummst rum ja ah ja stimmt ich brauche hier dafür auch noch batterie ne cheerio mit sophie ok dann brauche ich aber auch ein batterie ladegerät ne wo ist das ding hier wahrscheinlich ne akku ladegerät genau zwei kupferbarren von denen und drei von denen ok zwei kupferbarren habe ich dann dann und und was war das andere die ladegerät naja fünf komponenten da den habe ich genug so so dann brauche ich mal ein batterie ladegerät ok und dann da ist das ding da ist das ding ja brauche ich mal da hin dann habe ich kein gummi mit ne gerade installieren ein gummi habe ich nicht äh ich brauche gummi 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 you love äh bap bap ne tatsächlich ich habe kein gummi mit ja gut so so solange das ding hinten nichts zu tun hat ne ähm ist das glaube ich auch ok so ich würde jetzt gerne äh das schiffchen reparieren wenn es geht 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 das mit dem ding hallo kann ich mal kann ich mal hier hoch äh hä hä kann ich nichts reparieren warum nicht da da ah ok geht schon geht ziemlich schnell ok es ist nichts kaputt alles klar so dann ne ich mache es hier in die waffenkiste mit drin das ding kommt in die waffenkiste und ja ja in der batterie die andere brauche ich da und der scooter ja gut der kommt auch da rein der ergibt keinen sinn für mich so ähm dann würde ich das alles nochmal irgendwie einsortieren Lappen und Benzin habe ich Lappen ja aber äh mit euch zwei ne so der Rest kommt da rein ähm hier war der Schmelzofen da kommt das das und ähm hier oben kommt die Kohle rein zack zack ähm dann kann man hier bei Baumaterialien das hier hm das wird langsam eng hier Gummis da ja super dass man die Kisten äh ja benennen kann ja gut so hier nochmal ein paar Komponenten dann habe ich das Ding noch ne packe ich das da rein ich packe das mal da rein ok ok so wir haben es 7 Uhr 47 ok wir trinken was und das nochmal voll dann würde ich gerne meine neue Waffe ausprobieren so so fehlt hier Holz tut es ok Holz darin äh da ist alles voll hier fehlt noch Holz ne so zwei Holz nein nein ich brauche 5 Holz ne ich brauche halt 5 Holz für so ein Ding ok so 5 5 5 1 1 ok können wir noch was essen hm hm oh das ist schwierig warte das kann ich essen ok haben wir hier noch äh ja bestimmt mal hier noch ja genau ach Leute ich muss das erstmal braten ok eigentlich wollte ich ähm zur versunkenen ne zum Schrecken Dingsbums ist das hier? sind da Gegner? oh ja sind sie ok ah da glaubst du nicht so wir versuchen mal ok warum wenn ich jetzt äh das Ding da weg nehme geht es dann besser? ne ne irgendwie nicht ok aber das ist so eine super kleine Insel ne warte äh äh ist hinter der Barriere äh ok ich finde das besser wie äh äh die andere Waffe weil ich brauche nicht ständig nachladen nachladen jetzt bleib da mal stehen ist er tot? ok hm hm hallo geh mal runter hm ok ok da läuft einer rum ne warte ja die ist viel viel besser die Waffe finde ich muss nicht nach jedem schuss irgendwie nachladen ne ok 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 muss doch irgendwie da hochkommt oder das ist doof das ab machine gun er schießt hallo nicht gut nee 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 gar nicht gut oh shit wo ist mein Dingsbums da hinten okay gut dann bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns morgen vielleicht läuft es dann ein bisschen besser sein gehabt euch gut und tschüss